So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Metro Exodus. Diesmal werde ich sneakier sein. Ja. Ja. Ich muss immer warten, bis sie hier fertig sind mit ihrem Gespräch. Okay, er sagt mir quasi jetzt gerade, wie ich reinkomme, ohne auffällig zu sein. Die stehen ganz sicher, aber ganz schön an, ne? Muss man ja mal sagen. So, hier unten also. Hier ist irgendwo eine Höhle. Und daraus kommen wir direkt ins Dorf. Gut zu wissen. Schau mal an das. Da kann ich mal schmeißen. Wo ist es? Ah, ja. Ich seh' die Schlange. Fuck off. Guck mal, das denn. Das ist ein bisschen besser, glaub ich. Was zeigst du mir noch? Ich träume ist irgendwas. Was? Okay. Ich schau mal. Ach, das ist ein bisschen besser. Ich mach mich mal. Ich mach mich. Ich schau mal. 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 So fucking sneaky. Ich muss da oben rein. Das sind irgendwelche Schüler, die jetzt halt erwachsen sind. So gar nicht, alle Pizze. Wenn's immer gut anfängt, dann schreit irgendwer. Oh Mann. Why? Just why? Okay. Achso, ich hab nur hier oben gespeichert. Das ist ja meine Logik, du. Ich will nicht grad, wie ich da am besten hinkomme. Wenn ich hier oben lang laufe, kann ich die vielleicht besser erwischen. Hm. Okay. 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 Den sollte ich vielleicht nicht unbedingt K.O. hauen. Einfach. Einfach weil, äh, die Leute dann bestimmt so suspicious sind. Ja. 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 Das ist perfekt. Okay, also der kam hierher, das ist wohl der Lehrer, der hat den Sachen beigebracht und jetzt hat er es ja auf sich an den Gestern quasi. Ich muss ja eigentlich nur noch weg. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo runterkomme. Ich muss ja eigentlich nur hier runter, ne? Aber hier drüben kann ich runter. Okay, den lassen wir mal schön weiter trommeln. Der könnte uns sonst gefährlich werden. Speichern. Speichern. Wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Das ist ein Schirrbuch. Wie komme ich jetzt da rüber? Wie komme ich jetzt da rüber? Ja. Sind die zwei weg? Ja, sie sind weg. Sehr gut. Nö. Niemand da. Bin nur ich. Ich, die das ganze Licht ausmachen. Ich werde also zeigen. Ich werde mit der Bruder. Das ist super. Das ist ein Schirrbuch. Ich werde nicht auf den Schlitteln. Ich werde dann auf den Schlitteln. Ich werde gerne auf meinen Schirrbuch. Du bist mit einem Schirrbuch. Oh, das sind so Standard-Sachen, die man Kinder beibringt, ne? Na, bist du schön am hämmern? Jetzt nicht mehr! Ist hier noch irgendwas Schönes drinne? Nö. Nö. Okay. So, man hätte auch von da drüben hier rüberrutschen können. Naja. Nicht umdrehen, Fräulein. Ich glaube, wenn ich das Licht hier ausmache, dreht er sich schon um. Oh, pssch. Guten Tag. Oh, hello! Das ist ja süß. Hallo! Ich würde dich gleich rauslassen, aber ist kein Prompt da. Okay, wo müssen wir denn hin? Das müssen wir hier machen. Ja. Das müssen wir schon irgendwie. Ups. Oh, hello. Pssst. Pssst, au. Hey. Ach, es ist schon komm schon. An die Körper und so. Wer spuckt mich denn hier, Mann? Jesus. Come your titties. Was geht denn hier ab, Mann? Darf ich hier hoch? Ja. 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 Schöne job, Mann. Was tun wir jetzt? Das sind beide raus. Wir sind nur tun, wenn du so selbst bist. Ich sagte, wir sollten uns doch nicht töten. Ich würde dich nicht töten. Wir sollten uns doch nicht mehr küsieren, sondern wir reden. Wir sind doch nicht auf jeden von einem Post... ... ... mit Worms wegen dir? Wir sind uns doch nicht auf deine feet. Wir haben vieles zu antworten. Wir haben vieles zu antworten. Ich finde dich nicht. Ja. Are you serious? How about I fuck you up pretty good? Oh no. Kann ich dich befreien? Kann ich dich nicht befreien? Ach komm. Eieiei. Okay, ich muss also hier durchs ganze Ding wieder durchrennen. Ich werd nix sagen. Ich würd dich ja gern befreien und so n Shit, ja. Aber irgendwie bist du nicht so kooperativ gerade. Und dann kann ich uns viel machen, weißt du? Fuck! He's all dried up, but I'm sure. And let's look. The other boys from the third barren. To the third barren. Whoop! Don't worry. We need you walk. As fucking usual. There. You're here. You're here. You're here. You're here. You're here. Uh... What the hell is this? What the hell is this? Ah, ne he sh... So, now I have to... Das war's für heute. Gut doch. Guckt euch das mal, das sieht doch geil aus, oder was? Äh, ja. Oh, ich war aber auch weg. Äh, leider kein. Jetzt wird es mal da. Oh, ich war aber auch weg. Oh, ich war 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 weg. Das stimmt mir zu. Ah. Fuck. Fuck. Der Typ draußen. Natürlich ist der fucking Typ draußen. Ich weiß gar nicht, ob es schlimm ist, wenn ich die Badiken abschieße. Die sind sich ganz schön am beschweren, die Jungs hier. Gar nicht. Nur ein Typ, der versucht rauszufinden, wo er hin muss. Also ich muss irgendwie da hoch, wenn ich das richtig sehe. Wie komme ich denn da rüber? Oh. Aber gar nicht. Wie komme ich denn da hoch? Da hochlaufen, das wäre ja mal ne Idee. Mal speisen. Mal speisen. Mal speisen. Mal speisen. Jetzt komm ich schon überhaupt um die Reihe. Quatsch. Okay. Oh, ist das hübsch. Warte mal. Ja, ab und zu mal ein bisschen, ne? Ne, ne neigen wollte ich eigentlich nicht. R. J. G. E. Ah. Schauen wir, was das hier vorne für den Unsinn ist. Ist auch schon hier hin, ne? Ja. Äh. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ne. Eier. Eier? Erich sehr mandariden. Eier là? Mödi. dadosch auf. Mödi. Erich verdient den Yaman? Ich ausgele WIL! Ich da Schluss. Ich habe nichts Feueriges da. œg sein klingt. oh ja Oh, not happy about my, my file in... Ah! Oh, 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 oh! Bitte laden nach, Artyom! Bitte laden nach, Artyom! Oh dear God! Weißt du, dass du mich nicht angreifen musst? Bitte! Bitte! Stopp! Stopp! Oh please! Ich hab nur noch 6 Schuss! Du hast alle meine Pfeile in dir! Ah! Oh! Ah! Bilderbär hinter mir! Oh! Oh, oh, oh! Help, help, help! Ah! Ich hänge, ich hänge, ich hänge! Magst du vielleicht einen Löffel abgeben? Ich frage ja nur... Ich hab nur noch 3 Schuss! Oh! Wie stellst du dir das vor? Hab doch einen Schuss! Jawoll! Äh... Jetzt kann ich noch Nahkampf machen! Das ist schön! Habe ich nicht hier irgendwas? Ich kann dir noch ein paar Messer werfen! Ist der weg? Bist du weggelaufen? Oh! Wo ist denn der hin? Äh... Kollege, ich hätte gerne meine... meine 17 Pfeile zurück! Das wäre voll nett! Ich komme hier nicht mal lang! 17 Pfeile! Jesus Christ! Ich hätte ihn dann noch ins Gesicht hauen können! Aber... Ich glaube nicht, dass das so effektiv geworden wäre! Meine Situation ist, ich war ziemlich fackt! Weil... da so ein dicker Bär wäre! So ein dicker Moppelbär! Der hart war! Der mich gemobbt hat! Fand ich nicht nicht! So! Ja! Und das! Oh! Ja! Like this! Und dann ganz dringend... Äh... Ja! Pfeile wären schön! Sehr viele! Neun... Neun Pfeile! Ja! Neun Pfeile! Schon mal gar nicht so viel! Ich hätte mal ein paar Schusswaffen mitnehmen müssen! Habe ich nur die scheiße? Oh! Oh! Äh... Hat jemand zufällig eine Waffe für mich? Die ich vielleicht noch so einstecken kann! Ich meine, man kann ja mal fragen! Ne! Ne! Gibt's nichts mehr! Aber habe ich keine Schusswaffe mitgenommen! Ich bin ja ein Experte! Ja, die machen wir gleich! Gibt's hier noch was? Krempel! Licht ausmachen ist wichtig! So! Mann! Scheiß hier an! Funktioniert nicht! Ist kaputt! Ist kaputt! Ist offenbar kaputt! Das muss man schätzt! Hallo, Olga! Was es du gegen die Master of the Forest? Awesome! Our hunters had been staying away from him for years! Dammit! Sorry, Teacher! The lock's all rusted up! You're friend Alyosha is already at the dam! He said your Cardinal won't wait so you don't have much time! Sorry, I can't take you there! At today's console session the pirates moved to attack your train! But they had no right to even call one without me present! As usual I need to go and sort this out! But I have a few minutes to give you some directions! You need a boat to get to the dam! And our pirates keep all the boats at their swamp camp! They are not the sharing kind! But that's no reason to attack! Nobody wants bloodshed! So just stay out of their sight! Okay! Take the road to the barricade! Go down to the swamp and find the dog! That's where Alyosha and I took the boat from! Teacher forgive me! There are some left but be careful! Well Drifter! Take care! And don't make me sorry I helped you people! Tell Alyosha I said hi! I'll stay a bit longer to tend to the grave of the teacher! Oh, okay! Das ist aber mal interessant, würde ich sagen! Wir müssen jetzt doch irgendwie... Irgendwie runterkommen! Oder ist wahrscheinlich hier der schlauste Weg! Ja! Okay! So ein paar mehr Pfeile wären aber schon schön! Oder... Oder mal eine Schusswaffe! Da, wo das war! Ihr habt jetzt nicht zufällig hier mal so eine Leiter, die hier runterführt? Ich will nicht die Beine brechen, wenn ich hier runter will! Ah! Hallo Treppchen! Was geht? Oh! Oh! Das war nicht meine Intention, Artyom! Das musst du mir glauben! Das war nicht meine Intention! Oh! Ich hab' hier... Hab' dir hier Schwullibums? Ja, Pri! Okay! Ich dacht' mir jetzt eher eine Ammonition oder so... Oh! Hallo! Okay, hier komme ich runter und dann komme ich da rüber. Äh, äh, wo ist es hier? Let's go down! So. Pilz, Pilz ist important. Okay. So, berülkiges Kanickel. Immer schön speichern, ne? Haben wir gemacht, schön. So. Jetzt müsst ihr da vorne K.O. hauen, dann müsst ihr mir denen ihr Boot klauen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. 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 Niemand? Pssst! Pst! Ich hab mir nur euren Scheiß. Der Master of the Forest, der haut hier aber ordentlich auf die Kusche, du. Guck mir mal deine Waffe, du. Ah, die will ich auch haben. Gut. Oh, oh. Komm schon. Oh, oh. Den hab ich gar nicht gesehen, den kann ich bitte laden. Bitte lass mich laden. Jetzt, wo ich endlich mal Waffen hab, ne? Eskaliert es wieder vollkommen. So. So. Kann ich was da? Was ist? Was ist? Ich. My sneaky self. So. So sneaky. Okay. Hier komm ich, also zu dem komm ich gar nicht rüber. Fällt mir da grad auf. Oh Gott, ich will die Waffe haben. Hier hoch. Der ist gar nicht so special. Überrasch ist, jao. Gott, der kommt ja hier her. Das ist schlecht. ist alles vollkommen normal hier nicht passiert genau der ist jetzt möglicherweise ins wasser gefallen k.o. ich weiß nicht ob das seiner gesundheit so gut tut ich könnte ja einfach sagen ist das ja auch schuld das problem ist ich muss da drüben hin ich musste hier alle k.o. hauen damit ich wahrscheinlich das tor aufmachen kann und damit den putt rauszuschleichen ich habe mal so eine dose oh es ist ein intruder Voll erwischt, ne? Ja, ich werfe mit Müll um mich, es tut mir leid. It's an Intruder throwing trash. Punished. Ich bin auch kein Coward. Du kannst mich gar nicht sehen. Komm und get me. Bitch. Und ach. Ja, ja, pscht. Und ach. Ey. Ich bin definitiv mit diesem Boot da vorne. Aber ich hätte gedacht, dass wir hier irgendwie noch irgendwas aufmachen müssen, damit wir den überhaupt fangen können. Hm. Ja, siehst du, das ist auch schlimm. Jetzt wird das ja nüscht, ja. Ja, bestimmt. Tschüss. Kenners. Haut rein. Ja, ja, wow. Pst. Schneek as fuck. So ein bisschen. Ich hab's versucht. Das sind aber jetzt keine wieder fiesen Schrimps oder so. So ein Unsinn, ja. Okay. 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 Spiel speichert. Da müssen wir lang. Ist doch schon ein bisschen verstrahlt halt. Okay. I get it. Jetzt mit dem Mützchen hier auf. Hallo? Mal zu Hause. Na ja. Mal Licht anmachen. Genau. Ich hab nicht, weil kein Strom. Why you no have Strom. Also ich bin richtig, ja. Also ich muss hier schon sein. Die Frage ist... Also die Tür ist hier. Okay. Okay. Oh, diese krassigen Blümchen hier. So. Ich hab ja kein Strom. Ich hab schon wieder irgendwas gebissen. Wieso beißt mich immer irgendwas? Okay. So. Oh. Sekunde. Jesus. Kannst du mal den Löffel abgeben, bitte? Dankeschön. Sehr freundlich. Komm mir doch eh noch. Wenn nicht so, als bräuchte ich meine Abonition für irgendwas anderes, ne? Okay. Mach mal Licht an hier. Oh. Zeug. 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 Zeug ist gut. So. Hier ist es Stromkabel. Das ist Stromkabel weg. Hier ist eine Stromkabel. Da, ne? Du musst ja irgendwo erst mal Licht anmachen, ne? Ich brauche ja Strom. Äh. Okay. Hm. Okay. 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 Vielen Dank.